ja liebe leute ich muss euch gleich am anfang schon sagen das was ich gerade rede ist nach aufgenommen weil ich habe bemerkt als ich das gerade bearbeiten wollte also tag it hier als ich das gerade bearbeiten wollte ist mir aufgefallen dass die tonspur von outer city extrem leise ist also die von meinem mikro ist extrem leise gewesen und da war ein extremes rauschen drin ich gehe davon aus da ich vorher vor der aufnahme noch mal kurz geskypt hat skype mein mikro automatisch sehr leise geregelt und dadurch dass die aufnahme einfach im arsch gewesen ich hätte natürlich jetzt das rauschen wegnehmen können verstärken können aber diese tonqualität möchte ich euch ganz ehrlich nicht antun weil das einfach schlecht klingt und da habe ich das jetzt einfach so gemacht dass ich die ganze folge weil da auch nicht so viel passiert ist einfach mal zusammengeschrumpft habe auf vierfache geschwindigkeit und naja ihr seht eigentlich nur dass mir eigentlich nur die ganze zeit meinen waren also in der höhle und haben da zeug geholt dann habe ich glaube ich noch mein schwert verzaubert und das müssen ausprobieren mehr habe ich auch nicht gemacht es tut mir echt sehr leid dass es heute mal eine etwas kürzere folge tag it ist deswegen kommt ja auch theoretisch heute schon am samstag im jahr müssen wir einfach mal sehen ob euch das aber was ausmacht oder nicht weil ich wollte ich jetzt echt nicht die beschädigte tonspur geben weil das echt schlimm war ich hoffe ihr seid trotzdem zufrieden ich werde jetzt einfach noch ein bisschen musik dahinter ballern das geht glaube ich jetzt nur noch so zehn minuten anstatt die 30 minuten ja beim nächsten mal geht es dann wieder normal weiter das sollte auch eigentlich die letzte folge sein mit der ich mit dem alten mikro aufnehmen jetzt nehme ich gerade dieses nachgesprochene mit meinem headset auf die nächsten folgen werden dann auch mit dem neuen headset sein deswegen ich möchte mich echt entschuldigen dafür dass es passiert ist wird nicht noch mal vorkommen ja genießt trotzdem noch den rest der folge und ja dann bis zum nächsten mal tschüssi euer wiki da 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.